Sie sehen, ein tautologischer Bleistift. Logik ist tatsächlich überall und in der Informatik natürlich ganz besonders, wie wir wissen. Und wir hatten deshalb angefangen, uns zumindest ein bisschen in die Aussagenlogik einzuarbeiten, in den verbleibenden Videos dieses Kurses, und uns zuletzt angeschaut, wie logisches Schließen genau funktionieren kann. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Wir haben gesehen, es ist nicht immer einfach. Wahrheitswertetabellen werden viel zu groß und viele andere Verfahren neigen wohl auch dazu. Und als eine bessere Möglichkeit hatte ich Ihnen vorgestellt die Resolution. Bisher hatte ich Ihnen nur erklärt, wie das Ganze funktioniert. Das war sehr einfach. Bei der Resolution bildet man eine Klauselform, findet dann in der Klauselform zusammen passende Klauseln, bei dem eine ein Atom P enthält, das andere die Negation davon, nicht P. Und wenn man so einen Match findet, dann fügt man die Klauseln einfach zusammen, löscht die beiden passenden Atome und erzeugt damit eine neue Klausel. Und das macht man so lange, bis man entweder keine neuen Klauseln mehr finden kann oder die leere Klausel dabei entstanden ist. Und falls das eintritt, dann wissen wir, die Formel, mit der wir begonnen haben, war unabführbar. Damit kann man, wie Sie wissen, jedes logische Problem des Schließens, so wie wir sie hier betrachtet haben, diese Probleme bereits lösen. So weit, so gut, werden Sie jetzt sagen. Aber bisher wissen wir natürlich noch nicht so richtig, ob das auch funktioniert. Das Verfahren ist ja einfach genug, aber reicht das auch, ja? Und das möchte ich in dieser kurzen Vorlesung erklären. Das Thema lautet also, wieso funktioniert Resolution? Herzlich willkommen zurück in dieser Vorlesungsreihe der TU Dresden. Resolution. Den Algorithmus hatte ich Ihnen gerade noch mal in Erinnerung gerufen. Das Verfahren hatte ich bereits vorgestellt am Beispiel, aber was wir noch nicht gesehen hatten, ist eine Behauptung dazu, ob das überhaupt funktioniert und warum das so sein sollte. Dazu hier ein Satz. Das Resolutionskalkül, also dieser Algorithmus, wenn Sie so wollen, hat die folgenden Eigenschaften. Er ist korrekt. Das heißt, wenn die leere Klausel aus einer Menge an Klauseln abgeleitet wird, dann gilt, dass diese leere Klausel auch wirklich daraus folgt. Das heißt also, dann ist das tatsächlich eine unerfüllbare Hormelmenge gewesen. Denn wenn aus etwas die leere Klausel folgt, also falsch, dann muss es selbst unerfüllbar sein. Zweite Eigenschaft, Vollständigkeit. Und das ist was ganz Wichtiges, worüber wir noch gar nicht gesprochen hatten. Wenn es so sein sollte, dass die Menge an Klauseln unerfüllbar ist, dann kann die leere Klausel auch tatsächlich aus F, aus dieser Klauselmenge, abgeleitet werden. Dazu hatte ich noch nichts gesagt. Reicht dieser einfache Schritt, den wir da verwenden, das Bilden von Resolventen, wirklich aus, um in jedem Fall die leere Klausel zu finden, wenn sie denn logisch folgt. Und auch ganz wichtig, dritte Eigenschaft, Terminierung. Das Verfahren endet nach endlich vielen Schritten. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir zwar Verfahren haben, die im Prinzip das Richtige tun und im Prinzip auch irgendwann zum Erfolg kommen, aber die das vielleicht nicht in endlich vielen Schritten schaffen. Und dann ist es auch nicht sehr praktikabel. Sie erinnern sich, wir hatten solche Algorithmen. Das Halteproblem zum Beispiel, das unentscheidbar ist, das können Sie semi-entscheiden. Also da gibt es ein korrektes Verfahren, was genau dann Turing-Maschine hält, ausgibt, wenn das tatsächlich stimmt. Aber dieses Verfahren kann unter Umständen beliebig lange laufen. Und das wollen wir natürlich hier nicht hoffen. Das Problem ist entscheidbar beim logischen Schließen. Und es wäre sehr schade, wenn unser Algorithmus ewig laufen würde. Gut, das also die drei wichtigen Eigenschaften, die man gemeinhin zeigt, wenn man so ein Verfahren hat, in der Logik und auch anderswo, mit dem man irgendetwas, irgendein Problem lösen will. Man sagt, in beiden Fällen, egal was herauskommt, egal ob Ja oder Nein als Antwort geliefert wird, stimmt die Antwort. Und man erhält die Antwort nach endlich vielen Schritten. Das ist ein Entscheid. Okay, das möchten wir jetzt verstehen. Warum ist das so? Wieso gelten diese Eigenschaften? Naja, die Korrektheit hatten wir im Prinzip ja schon fast gezeigt. Ich hatte schon mal erklärt, dass der Resolutionsschritt, den wir im Einzelnen machen, letztlich nichts weiter ist, als die Aneinanderfügung von zwei Implikationen. Und daraus aus dieser Erklärung konnten Sie leicht sehen, dass die Resolvente immer eine logische Konsequenz der beiden Klauseln ist, aus denen man sie gebildet hat. Das heißt, ein Schritt erzeugt garantiert eine korrekte Ableitung. Und was wir hier letztlich brauchen, ist, wir müssen das verallgemeinern dazu, dass wir sagen, beliebig viele Schritte erzeugen immer noch korrekte Ableitungen. Aber das ist letztlich klar. Wenn jeder einzelne Schritt etwas erzeugt, das logisch folgt, dann erzeugen auch eine Nacheinanderausführung von vielen Dingen wieder Sachen, die logisch folgen. Das könnte man als eine einfache Induktion darstellen. Die Hypothese wäre, die neu abgeleitete Klauselmenge folgt aus, der die ganz am Anfang ursprünglich gegeben war. Im ersten Schritt ist das klar. Da haben Sie nur eine Resolvente gebildet. Im zweiten Schritt folgt es dann daraus, dass es für den ersten Schritt schon gezeigt wurde und so weiter. Okay, Korrektheit also ziemlich einfach und schon geklärt. Vollständig Terminierung. Machen wir das erstmal, denn das ist leicht. Terminierung ist leicht zu sehen. Warum ist Terminierung leicht zu sehen? Naja, die Terminierung kann man dadurch sehen, dass das Verfahren ja nur neue Klauseln erzeugt, indem es schon bestehende Klauseln miteinander kombiniert. Und die Möglichkeiten, das zu tun, sind nun einmal endlich. Es gibt nicht so viele verschiedene Klauseln über der gegebenen Menge an Literal, mit der man beginnt. Denn jede neu abgeleitete Klausel enthält schließlich nur Literale, die auch in der ursprünglichen Klauselmenge schon vorkamen. Sie erfinden ja nichts hinzu. Sie bilden nur Vereinigungen von Teilen der Mengen, die Sie schon in Ihrer Klauselmenge haben. Die Zahl dieser Literale ist sicherlich endlich. Wir könnten sie mit L bezeichnen. Dann heißt es, wenn es L verschiedene Literale gibt, dann gibt es nur zwei hoch L Klauseln mit diesem Literal. Das heißt also, spätestens nach so vielen Schritten, oder eigentlich sogar nach weniger, denn irgendetwas muss ja auch als Eingabe schon vorhanden gewesen sein, muss dieser Algorithmus terminieren. Irgendwann können wir einfach nichts mehr Neues ableiten, denn so viele neue Dinge gibt es nicht. Okay, Terminierung auch klar, wobei wir beobachten, die Terminierung ist nicht garantiert daermaßen schnell, mit exponentiell vielen Klauseln als obere Schranke. Darauf müssen wir noch mal zu sprechen kommen. Vollständigkeit. Vollständigkeit ist der aufwendigste Teil dieses Trios hier. Das kann man sich auch leicht überlegen, denn hier, wenn wir darüber nachdenken, merken wir schon, dass das nicht so eine einfache Eigenschaft ist. Also wir wollen hier letztlich ja darüber sprechen, dass in jedem Fall, in dem die Ableitung möglich wäre, das Verfahren sie auch tatsächlich zustande bringt. Wie zeigt man das? Ja, man müsste hier im Prinzip zeigen, wenn die Lehrerklausel nicht abgeleitet wurde, dann folgt es sie auch nicht. Und das ist zunächst einmal scheinbar eine schwierigere Aufgabe. Es ist nicht so leicht zu sehen, wie man so einen Beweis überhaupt anfangen sollte. Aber die Idee ist schon die richtige. Wenn die Lehrerklausel nicht abgeleitet wurde, dann soll sie auch nicht folgen. Und wie können wir denn wissen, dass die Lehrerklausel nicht folgt? Und in diesem Fall, das können wir einfach dadurch wissen, dass wir zeigen, dass die Formelmenge, die Klauselmenge, mit der wir begonnen haben, erfüllbar war. Also das heißt, wir müssen einen Weg finden, diese Klauselmenge wahrzumachen, falls die Lehrerklausel nicht abgeleitet werden kann. Und das ist tatsächlich möglich und kann bewerkstelligt werden, indem man in gewisser Weise konstruktiv eine erfüllende Zuweisung findet, unter der Bedingung, dass die Lehrerklausel nicht abgeleitet wurde. Das heißt mit anderen Worten, das Resolutionsverfahren liefert uns entweder die Lehrerklausel oder wenn es uns keine Lehrerklausel liefert, dann liefert es uns eine konkrete Zuweisung, für die man die Erfüllbarkeit sieht. Das heißt, das Verfahren hat in jedem Fall ein nützliches und konkretes Ergebnis, was uns beweist, dass das Ergebnis wirklich korrekt ist. Entweder eine logische Ableitung der Lehrerklausel über viele einzelne Schritte, wo jeder Schritt klar korrekt ist, oder eben etwas, eine Gesamtmenge von Klauseln als Ausgabe, aus der wir die erfüllende Zuweisung ablesen können und die kann man ja leicht nachprüfen, wenn man das möchte. Okay, wie können wir so eine Zuweisung aus der Klauselmenge bekommen? Eine Klauselmenge ist ja erstmal eine syntaktische Angelegenheit, das sind eine Menge Formeln sozusagen in Kurzschreibweise, das ist noch keine wahrheitswerte Zuweisung. Trotzdem ist sie schon relativ nah an einer wahrheitswerte Zuweisung in manchen Fällen, nämlich genau dann, wenn Klauseln vorkommen, die nur ein einziges Literal enthalten. Wir wissen ja, jede Klausel, die abgeleitet wird, ist eine logische Konsequenz. Wenn Sie also hier in Fall A die Klausel ableiten, in der nur P vorkommt, dann wissen Sie, in jeder erfüllenden Zuweisung muss P wahr sein, muss mit 1 interpretiert werden. Denn die Klauselform ist eine Konjunktion und wenn da steht und P, dann muss P immer gelten. Das heißt, dann hätte die Resolution hervorgebracht, dass P eine logische Konsequenz ist. Wenn nicht P als Klausel auftritt, dann wissen wir auch umgekehrt, dass der Wahrheitswert von P falsch sein muss. Auch das schon ein Schritt in Richtung einer erfüllenden Zuweisung. Das reicht aber noch nicht, denn es kann passieren, dass für eine bestimmte Proposition P weder das eine noch das andere abgeleitet worden ist. Kann das wirklich passieren? Ja, stellen Sie sich einfach vor, Sie beginnen mit einer Klauselmenge, in der vielleicht nur eine Klausel vorkommt, die mit überhaupt nichts Interessantem reserviert werden kann. Dann werden Sie weder P noch nicht P ableiten. Wie erhalten wir jetzt aber trotzdem Werte für unsere Literale? Und die Idee ist dann einfach, wenn Sie weder P noch nicht P abgeleitet haben, dann ist beides möglich. Dann gibt es erfüllende Belegungen für beide diese Fälle und Sie dürfen sich frei wählen, welcher davon Ihnen lieber ist. Hier im Algorithmus sage ich einfach, ich setze den Wahrheitswert auf wahr. Ich bin positiv, wenn ich die Wahrheit habe, nehme ich wahr und füge diese neue Information meiner Klauselmenge hinzu. Das heißt, ich setze diese neue Klausel, diese neue Einheitsklausel, hier korrekt mit zwei ein paar Mengenklammern. Ja, es ist also, die neue Klausel ist das Innere, wird als Element hinzugefügt zu der bestehenden Klauselmenge. Die füge ich jetzt hier mit ein, um das auch syntaktisch aufzuzeichnen, dass ich P jetzt wahr machen möchte. Und ich führe dann weiter Resolution durch, denn mit dieser neuen Information könnten ja neue Dinge folgen, die ich noch nicht abgeleitet habe. Das mache ich wieder, bis keine weiteren Klauseln abgeleitet werden und gehe dann weiter durch meine Atome. Sie sehen auch hier, die äußere Schleife sagt, für jedes Atom P in F in beliebiger Reihenfolge tun wir das. Also das heißt, jedes Atom wird nur genau einmal betrachtet. Entweder ich habe schon einen Wert dafür oder ich darf mit dem Wert aussohlen. Das heißt, es ist nicht nur egal, welchen Wert ich nehme für den Fall, dass es keinen gibt. Es ist auch egal, in welcher Reihenfolge ich die Werte festlege für die Dinge, die noch nicht definiert sind. Natürlich wird man immer eine andere Belegung erzeugen, aber ich behaupte, dass das in jedem Fall eine erfüllende Belegung ist. Okay. Und das steht hier, die so bestimmte Wertzuweisung, W ist ein Modell für F. Also die Grundidee, ich hoffe, die ist nachvollziehbar. Ich möchte den Beweis hier nicht in allen Details darlegen, aber die Konstruktion ist wichtig. Man kann aus so einer Klauselmenge fast unmittelbar die erfüllende Belegung ablesen, abzüglich der Fälle, in denen die Klauselmenge noch so unspezifisch ist, dass es nicht nur eine Belegung gibt, sondern mehrere. In diesen Fällen darf man sich dann unter den mehreren eine wählen und mithilfe von Resolutionen weiter berechnen, was aus dieser gewählten Entscheidung noch folgt. Okay. Das ist natürlich kein Beweis, das ist nur die wesentliche Idee, die Kernkonstruktion, wie man so eine Wertzuweisung konstruieren kann aus der Resolution, wie Resolution uns ein Modell liefert. Manchmal wird gesagt, Resolution ist ein Widerspruchskalkül, aber Resolution konstruiert auch ein Modell. Ja, es ist immer beides irgendwie. Und die einzelnen, diese Behauptung müsste ich jetzt natürlich erst noch beweisen. Und da hier unten im ganz Kleingedruckten sehen Sie ein bisschen eine Skizze dafür. Vor allem auch dafür, was man denn der Reihe nach betrachten sollte, um wirklich sicher zu sein, dass das, was ich hier behaupte, gilt. Zunächst müsste man nämlich mal zeigen, dass das ein Verfahren ist, was funktioniert. Und das heißt, dass man, wenn man so Atom für Atom vorgeht, auch wirklich am Ende für jedes Atom einen Wert erhält und keine leere Klausel. Das ist auch wichtig. Und die entscheidende Eigenschaft ist hier, dass, egal wie ich mich entscheide, in Schritt C, ich durch das zusätzliche Resolvieren, was ich hier mache, niemals noch eine leere Klausel ableiten kann. Also das heißt, die leere Klausel wird auch in diesem Schritt C nicht plötzlich erscheinen durch meine Wahl, die ich hier getroffen habe. Es wären vielleicht andere Dinge abgeleitet, aber sicher nicht die leere Klausel. Wie kann ich das wissen? Woher weiß ich das? Naja, im Prinzip, wenn Sie die leere Klausel, ich versuche es mal mit ein bisschen Händeschütteln Ihnen zu erklären, wenn Sie annehmen würden, P ist wahr und Sie fügen diese Information hinzu und Sie können dann, nachdem Sie das gemacht haben, die leere Klausel ableiten. Dann haben Sie die erhalten, indem Sie immer zwei Klauseln zu einer Resolvente kombinieren. Endlich oft, ja. Das sind die Schritte, die Sie gebraucht haben. Vielleicht hat da ein Schritt nicht gereicht. Vielleicht waren das viele. Aber irgendwo unter den Klauseln, die Sie dabei verwendet haben, ist diese neu hinzugekommene Klausel P. Denn vorher hatten Sie halt keine leere Klausel. Die ist jetzt irgendwie entstanden. Wenn das so ist, dann könnten Sie die Resolventen, die Sie gebildet haben, um bis zur leeren Klausel zu kommen, ja auch vorher schon bilden. Nicht ganz, denn Sie hatten ja nicht diese Eingabe P. Sie hatten nur alles andere. Das heißt, wo am Ende die leere Klausel steht, würden Sie da immer noch das Gegenstück zu Ihrer Einheitsklausel P übrig behalten. und das wäre genau nicht P. Also mit anderen Worten, wenn tatsächlich die leere Klausel mit Hilfe von P abgeleitet werden könnte, dann würde man auch, ohne das P zu verwenden, zumindest nicht P schon ableiten können, indem man alle anderen Sachen so kombiniert, wie man es hier auch tun würde, um die Lehre zu bekommen. Und das ist ja ein Widerspruch, denn wir haben gesagt, diese freie Entscheidung, dass wir P wahr machen, möchten wir nur dann treffen, wenn wir weder P noch nicht P als Klausel abgeleitet haben. Und das im Prinzip als Erklärung dazu, warum man hier nicht einfach, warum man hier keine Probleme erhalten sollte in dem Schritt. Okay, das ist nicht das Einzige, was man zeigen muss. Damit wird erstmal nur sichergestellt, dass hier niemals eine leere Klausel auftritt und man also immer weiter wählen kann. Es kann aber durchaus sein, dass neue Einheitsklauseln auftreten nach Schritt C. Das heißt, dass einem die Entscheidung an anderer Stelle abgenommen wird, wenn man sich einmal für P entschieden hat. Die zweite Eigenschaft, die hier steht, ist, da im Schritt C die leere Klausel zum Vorschein kommt, wird auch nach vielen Iterationen über diese Schleife keine leere Klausel entstanden sein. Und daraus ergibt sich, dass alle Klauseln in F erfüllt sind anhand der Wertzuweisung, die man hier belegt hat. Wenn eine nicht erfüllt wäre, dann könnte man aus ihr einfach die leere Klausel ableiten, indem man einfach die Einheitsklauseln, die man für die Bestimmung der Wahrheitswerte hinzugefügt oder vorgefunden hat, mit dieser nicht erfüllten Klausel resolviert und dadurch für jedes Literal dieser Klausel ein Gegenstück findet und das löschen kann, bis nichts mehr übrig bleibt. Also okay, das war die Beweisskizze. Wie gesagt, nur als Hintergrundinformation für Sie. Die wichtige Idee, die hier erstmal in dieser Erklärung steht, ist, die Resolution gibt uns eine erfüllende Belegung, wenn wir sie erschöpfend anwenden können und dabei nie die leere Klausel entsteht. Mit anderen Worten, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder die Resolution gibt uns die leere Klausel, was in dem Fall ein korrekter, logischer Schluss sein muss, wegen der Korrektheit, oder die Resolution gibt uns nicht die leere Klausel, aber dann können wir eine erfüllende Belegung finden, was bedeutet, dass die Formelmenge erfüllbar war und damit sind beide Dinge gezeigt und wir haben die wichtigen Eigenschaften. Okay. Eine kleine Anmerkung sollte ich hier machen. Man muss sich davor hüten, Resolution als ein vollständiges Ableitungskalkül zu betrachten, in dem Sinne, dass alles, was mit Resolution abgeleitet, oder das anders, dass alle Klauseln, die logisch folgen, auch mit Resolution abgeleitet werden. Das ist nicht der Fall. Also Resolution leitet bestimmte Klauseln, die logisch folgen, ab, auch noch mehr als die leere Klausel, aber nicht alle Klauseln werden damit abgeleitet. Und deshalb verwenden wir es eben so als Widerspruchskalkül, dass wir immer erst was negieren und die Annahme machen, dass etwas nicht gilt und dann zeigen, dass das zum Widerspruch führt. Und auf die Art sind wir sicher, dass es die korrekten Ergebnisse liefert. Okay. Gut. Hier sehen Sie mal so eine widerspruchsfreie Resolution, nicht mal die ganze. Das sind die ursprünglichen Lokelei-Klauseln ohne die Annahme, dass Barbara lügt. Beim letzten Mal hatte ich Ihnen gezeigt, wie man mit der Annahme, dass Barbara lügt, einen Widerspruch konstruiert. Jetzt zeige ich Ihnen, dass man ohne diese Annahme keinen Widerspruch erhält. Und Sie sehen, dass man hier selbst mit diesen wenigen Symbolen eine ganze Menge an Klauseln ableiten kann. Auch einige unsinnige A oder nicht A oder nicht B oder C oder nicht C. Das sind offenbar Klauseln, die tautologisch sind, aber syntaktisch entstehen die. Und das sind noch nicht mal alle. Hier würde niemals die leere Klausel entstehen. Also man kann noch ein paar hinzufügen, aber es kommt keine leere Klausel hinzu. Und wir können jetzt aus dieser widerspruchsfreien Resolution schon direkt ablesen, wie eine Belegung aussehen kann. Nämlich, wir sehen, wir haben Glück für alle Propositionen, die uns interessieren. A, B und C gibt es hier schon Einheitsklauseln, nämlich hier unten B, nicht C und nicht A werden abgeleitet. Barbara sagt die Wahrheit, Chris lügt, Anna lügt. Das heißt, wir haben ein Modell, bei dem A auf 0 abgebildet wird, B auf 1 und C auf 0. Dass man hier mit Resolution, ohne eine Auswahl zu treffen, direkt diese Einheitsklauseln erhält, das entspricht der Tatsache, dass in der Wahrheitswertetabelle nur eine einzige Zeile die Formel erfüllt. Das ist auch ganz praktisch bei einer Loggelei, dass es ein eindeutiges Ergebnis gibt, was folgerichtig die einzige Möglichkeit ist, wie diese Behauptungen alle stimmen können und das spiegelt sich direkt in der Resolution hier wieder. Okay, gut, Sie sehen aber auch, dass das kein kurzer Beweis ist, sondern dass man eine ganze Menge rechnen muss, bis man an dem Punkt ist, an dem man sagen kann, man hat alles ausprobiert und es kommt keine leere Klausel raus. Und das bringt uns zum Thema der Komplexität. Leider, 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 so wie auch bei den anderen Verfahren, die ich Ihnen geschildert habe, kann das Ganze im schlimmsten Fall exponentiell werden. Also man kann exponentiell viele Resolventen bilden in manchen Situationen und die Formel kann weiterhin erfüllbar sein, sodass man auch nicht das Glück hat, dass an irgendeiner Stelle die leere Klausel entsteht und man dann vielleicht frühzeitig abbrechen kann, sondern man muss, um sicher zu gehen, dass die leere Klausel nie entsteht, alle Resolventen bilden und das sind eben sehr viele. Das wird auch nicht dadurch gelöst, dass man Hilfsatome benutzt in der Klauselform. Sie erinnern sich, strukturelle Transformationen. Wir wollen verhindern, dass die Klauselform selbst schon exponentiell groß wird, bevor wir überhaupt mit Resolution beginnen. Dafür kann man manchmal Hilfsatome einfügen und dann zumindest an der Stelle den Blow-Up beschränken oder verhindern, aber das verhindert nicht, dass die Anzahl der Resolventen groß sein kann. Es stellt sich heraus, dass Resolution also nicht besser ist als die anderen Herangehensweisen, die ich Ihnen schon vorgestellt hatte, zumindest im Worst-Case. Es gibt Fälle, in denen man auch hier exponentiell lang auf seine Antwort warten muss. Außerdem möchte ich zugeben, dass das Verfahren, so wie ich es Ihnen dargestellt habe, immer noch hoffnungslos ineffizient ist. Ich stelle es Ihnen hier dar aus didaktischen Gründen, damit Sie mal sehen, wie man so eine Ableitung auch angehen kann, dass man eben ein logisches Kalkül verwendet, was Dinge Schritt für Schritt produziert und dann prüft, ob bestimmte Dinge eintreten, weil das eine Herangehensweise ist, die man sehr oft verwendet in der Logik. Es gibt tausende Verfahren, wie man aus, naja, nicht ganz tausende, aber viele Verfahren, mit denen man aus allein schon aussagenlogischen Formeln und Konsequenzen ableiten kann oder sie auf bestimmte Eigenschaften überprüfen kann. Und in einem gewissen Sinne sind viele davon ähnlich der Resolution, nur dass Sie eben andere Schritte, unter anderen Nebenbedingungen, mit anderen Einschränkungen verwenden, um die Effizienz zu steigern. Das kann man auch hier machen, also Resolution ist durchaus ein vielversprechender Ausgangspunkt für eine bessere, effizientere Umsetzung und es gibt viele Optimierungen, die man hier noch hinzufügen könnte, die das durchaus praktikabel gestalten können, ja, aber die müssen wir schon nachher machen. Also glauben Sie nicht, dass mit dem einfachen, dieser einfachen Regel, die ich Ihnen hier dargestellt habe, man sofort ein Weltklasse-Sat-Solver, so nennt man diese Programme, die also mit Aussagenlogischem Schließen gut zurechtkommen, schreiben könnte. Also dafür reicht diese einfache Idee noch nicht, da müssen wir noch ein bisschen mehr haben. Okay, trotzdem ist Resolution wichtig, nicht nur als Konzept allgemein für uns, didaktisch, sondern auch, weil es in der, in anderen Logiken auch eine ganz wichtige Rolle spielt, insbesondere in der Prädikatenlogik, verwendet man auch sehr oft Resolutionen und da gibt es keine Verfahren, die so grundsätzlich besser sind, dass man davon abrücken würde. Okay. Eine Bemerkung noch zur Praxis am Schluss. Ich hatte schon erwähnt, Systeme zum Aussagenlogischen Schließen nennt man Sat-Solver. Die gibt es, die gibt es auch als freie und quelloffene Software, die Sie im Netz finden können, wenn Sie so ein Tool mal benötigen. Die sind extrem gut optimiert und können Probleme mit Millionen von Atomen lösen. Es kommt natürlich aufs Problem an. Es gibt auch schwere Probleme, die man, wo man mit tausend Atomen schon nicht mehr weit kommt, aber es gibt viele praktische Probleme, die zwar viele Atome haben, die aber relativ leicht zu lösen sind. Ja, die meisten Sudokus, ja. Sie brauchen nicht so lange, wie es dauert, bis die Sonne ausbrennt, sondern können das normalerweise schneller und das ist nicht, weil Sie so viel schneller rechnen als ein Computer, sondern weil in dem Problem bestimmte Dinge enthalten sind, die es möglich machen, da leichter, systematischer vorzugehen, als nur mit blindem Ausprobieren aller Resolventen zum Beispiel. Satz-Solver verwenden normalerweise keine Resolution, aber ein Teil des Algorithmus besteht meistens schon daraus, das man noch reserviert. Und es gibt auch viele interessante Ansätze, die Satz-Solver außerhalb der Aussagenlogik verwenden, also auch in anderen Logiken, die komplizierter sind, zum Beispiel in der Logikprogrammierung, in der Optimierung, beim Scheduling, bei Themen, auch wie formalen Methoden, wo man also versucht, Softwareverifikation zum Beispiel zu leisten und auch in Businessrepräsentationen, in Beschreibungslogiken kommen immer wieder Satz-Solver zum Einsatz als eine Art Grundsystem für effizientes Schließen, wenn man es schafft, sein Problem auf endlich viele Buhlsche-Variablen herunter zu brechen und deren einfache logische Verknüpfungen, dann kann man so ein Tool verwenden und das ist oft recht vielversprechend, denn das ist ein wirklich hochoptimiertes System. Außerdem, wie ich gerade schon gesagt habe, ist Resolution auch in anderen Logiken ein wichtiges Verfahren und kommt also dort auch noch zum Einsatz, selbst wenn vielleicht in der Aussagenlogik mal inzwischen bessere Methoden hat. Okay, das war es zum Thema Resolution. Wir haben einiges über logisches Schließen gelernt, viel weiter kann ich in dieser kurzen Videoreihe gar nicht gehen. Wir wissen, dass es eine Reihe von Problemen des logischen Schließens gibt. Man will manchmal wissen, ob was eine Tautologie ist, ob es unerfüllbar ist, ob etwas folgt aus etwas anderem und wir haben gesehen, dass man all das im Prinzip auf die gleiche Art und Weise lösen kann und Resolution als einen möglichen Algorithmus da kennengelernt. Wir haben aber auch gesehen, dass alle Verfahren, die wir bisher betrachtet haben, in irgendeinem Fall exponentiell lang laufen. Und es schleicht sich so langsam der Verdacht ein, dass das vielleicht System hat und Methode, diese Irrsinn und dass es vielleicht schwierig sein könnte, bessere Algorithmen zu finden. Ob das wirklich so ist, ob es vielleicht Fälle gibt, in denen man schneller zum Ziel kommt, ob es vielleicht Algorithmen gibt, die grundsätzlich schneller zum Ziel kommen, das wollen wir dann beim nächsten Mal in den nächsten paar Videos besprechen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.